Immer mehr wird vor Ort mit digitalen Daten gearbeitet. Einerseits haben wir Pläne, die in digitaler Form genutzt werden, aber auch 3D-Modelle bis hin zu verschiedenen Softwarelösungen. Aus der Logistik sind die kurzfristigen Chancen sehr, sehr gross. Auf einem Baufalde müssen wir Container verschieben. Container müssen an das Datennetz angebunden sein. Man hat heute mühsame Umbauarbeiten mit Kabellecken. Mit einem 5G-Netzwerk könnte man das viel einfacher lösen. Ein weiteres Beispiel ist auch die Integration von IoT-Lösungen im Beispiel von Aussenaufzügen, die wir heute bereits über Sensorik steuern. Das wäre natürlich auch mit einem 5G viel einfacher zu lösen. Man sieht ja bereits heute Anwendungen von Augmented Reality, die genutzt werden. Ich glaube, da hat es ein grosses Potenzial. Momentan sind wir aber dran, mit der 5G-Lösung Sensorik einzubinden, wo man kurzfristige Potenziale für die Baustellen heraus holen könnte und damit einen wichtigen Beitrag zu der grösseren oder höheren Effizienz leisten. Und ein bisschen wechselt. Mmm, la la la. Wirkliche.